So ein Erkältungsraum, das muss sich doch bei dir keine Erlaubnis holen, mein Engel. Ja, aber wenn der immer in dem Wasser drin ist und das ist immer, das ist doch immer so, wie er das gerne haben will. Dann gibt es halt mal andere Faktoren, die ihn zu Husten bringen. Meinst du, dass dem Fisch das Recht ist? Der Fisch, dem ist das bestimmt unangenehm, dass er jetzt den Fischhusten den Menschen überträgt. Der Fisch, der Fisch kann nicht einfach in der Armbeuge husten, wie das das vom Gesundheitsamt vorgeschrieben ist. Er bemüht sich ja, aber er kriegt, es ist ja ein Flossenlöffler. Er kriegt es ja gar nicht hoch, er kriegt es ja gar nicht an die Schnauze rein, dass er da reinhusten kann. Schafft er doch gar nicht, der Fisch. Schafft er nicht, ne? Er wird es später, wird er es über die Panierschränke an den Menschen weitergeben, das sag ich dir. Was für eine Schranke? Die Panierschränke. Die Panierschränke. Ja. An der muss er stehen bleiben, oder was? Ne, es ist wie die Blut-Hirn-Schränke beim Menschen, wenn dort was irgendwie überperlt. Das ist genauso jetzt mit dem Fischhusten, das geht über die Panierschränke auf den Menschen über, wenn er einen panierten Fisch verzehrt, das ist meine Meinung, mein Ingo, Mann, und das macht mir große Sorgen. Hast du in letzter Zeit Fisch gegessen, sag mal? Ne, ich bin vorsichtig. Ich habe mir Kartoffeln gegessen und die übertragen keine Krankheiten, jedenfalls nicht von Hause aus. Nur wenn man sie vielleicht, muss ich sagen, in einer kleinen, in einer Schale wendet, wo vielleicht ein paar Bakterien drin sind oder man lässt sie ein paar Tage, bis sie blauschimmlig werden und man isst sie dann. Dann kann man auch krank werden von einer Kartoffel. Aber jetzt muss ich sagen, bevor wir mit dem Fischhusten-Problem haben, in Deutschland müssen wir erstmal die Schweinegribbe bekämpfen. Da ist so jetzt die Impfung angesagt, hast du gelesen, mein Ingo, Mann? Die Impfung für die Schweinegribbe, ja, ja, klar. Aber weißt du was? Und da haben sie ja sogar zwei verschiedene für, ne? Das sag ich dir. Hier für die, sag mal, das gibt's doch wohl gar nicht. Die Politiker und alle, die kriegen hier das Gute und die Anderen sollen, sollen... Sag mal, das ist doch jetzt wirklich nicht deren Herz oder was? Aber weißt du was, mein Ingo, ich bin ja der Schlauere von allen. Du bist der Schlauere von allen? Und ich lasse dich und auch den Ködi, lasse ich, lasse ich unter Umständen, wenn ihr eure Freundschaft untermauert, lasse ich euch daran teilhaben, dass wir auch an den besseren Impfstoff rankommen. Achso, da lässt du uns dran teilhaben. Da hast du große Connecties oder was? In der Regierung? Weißt du, wie ich das mache? Nee, weiß ich nicht. Ich werde Soldat. Was wirst du? Soldat. Du wirst Soldat? Ja, sicher. Im Bademann oder wie? Ja, sicher. Weil die Soldaten kriegen nämlich auch besseren Impfstoff. Ditschi, du meinst doch wohl nicht, dass sie dich nehmen bei der Bundeswehr. Ich mache auch nicht alles. Ich gehe zu ihnen hin und sage, bitte, bitte. Sie haben einen ganzen Katalog von Leuten, die immer verweigern und nicht zum Bund wollen. Ich komme persönlich, ich komme freiwillig. Ich möchte bitte auch einige Bedingungen stellen. Nein. Meinst du, wenn ich zur Bundeswehr gehe, mein Engelmann? Jetzt mal im Ernst. Mal ganz ehrlich jetzt. Meinst du, ich gehe zur Infanterie? Meinst du, ich gehe da hin? Nee, doch auch nicht. Wo die mit dem Gewehr schießen, ist doch immer laut. Das tun mir die Ohren weh. Und dann kriege ich immer von, wenn das Ball da den ganzen Staub ins Gesicht und so weiter. Das mache ich. Nee, das machst du nicht. Und zu der Kavallerie gehe ich auch nicht. Das gibt es doch gar nicht mehr. Kavallerie. Mit Pferde. Mit Pferde. Mit Pferde. Pferde. Hat mir Giovanni gesucht, dass das von Cavallo kommt. Pferd. Der ist Italiener. Muss das wissen. Kavallerie? In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich? Das mit Pferde ist nichts mehr. Das sieht man doch alle Nase lang noch, wenn Fußball ist und da sind Hooligans unterwegs. Und dann kommen sie angeritten mit den drei Meter hohen Pferden und so weiter. Das ist ja Polizei vielleicht. Ja, Polizei, Bundeswehr. Es ist ja alles wie Katze trägt ein Gewehr. Das ist doch völlig egal. Das bleibt doch der Schutzmannschaft unbenommen, ob sie jetzt Polizei ist oder Bundeswehr. Sie haben ja ihre Pferde in petto. Sie haben ihre Pferde in petto. Oder meinst du, die Bundeswehr fährt mit altem Gerät? Also da willst du nicht hin. Du willst nicht hin, da wo sie die Pferde haben. Willst du nicht? Nee. Die sind mir zu hoch. Das sind ganz hohe Tiere. Die sind so hoch, dass wenn die so normal stehen, so ein hohes Bundeswehrpferd, dass sie normal mit einem Flachpanzer, mit einem Leopard fahren die unter dem Pferd noch durch. Ja, auf so ein Pferd kommst du sowieso gar nicht rauf. Nee, komm ich auch nicht. Nee. Weil sie doch immer vom ersten Stock aus einsteigen. Die haben bestimmte Häuser von Bundeswehr, von der Kasernen. Da lehnen sie die Pferde an der Mauer an und dann gehen sie innen rein oben und steigen vom ersten Stock aus durchs Fenster auf das Pferd auf. So, und jetzt soll ich doch bitte den ganzen Tag mit rumreiten und dann bin ich, mal sagen, in der Lüneburger Heide oder irgendwo und dann finde ich kein Haus, wo ich durch den ersten Stock wieder aussteigen kann. Nee, dann musst du auf dem Pferd raufbleiben, ne? So, das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Nee, das machst du nicht. Da brauchst du dich gar nicht kaputtladen rüber. Das mach ich nicht. Und zu der Marine gehe ich ja auch nicht. Gehst du auch nicht? Nö, bestimmt nicht doch. Aber wohin gehst du denn eigentlich? Wohin gehst du denn? Dann muss ich am Ende noch die Kamele streicheln und bürsten und so weiter. Kamele. Kamele. Von der Bundeswehr. Bundeswehrkamele. Das wird davon zukommen, das Bundeswehrkamele. In der Wüste oder was? Es ist ein reiner Wasser- und Fettspender. Das Kamele ist ein Fettspender und ein Wasserspender. Ja und? Der wird jetzt ab sofort immer unten in unsere Schiffe drin sein. Da kannst du sicher sein. In was? In den Schiffen? In was für Schiffe? Normale alles. Alles was geht. Wie normale alles? Von der Bundeswehr oder was? Unsere Flotillien. Die Flotillien Schiffe. Hast du nicht gelesen, mein Ingo? Du bist überhaupt nicht up to date. Du bist überhaupt, du weißt gar nicht. Hast du das nicht gelesen jetzt hier? Ein Scheich kauft doch Blumen und Faust. Ja und? Ja dann werden doch da ab sofort unsere Schiffe gebaut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wie die Schiffe aussehen. Da sind Teppiche drin, da sind Kamele drin. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wenn so ein Scheich eine Werft kauft, dann bleibt die doch da wo die ist. Glaubst du, der griebt die aus und packt die bei sich wieder zu Hause hin? Ich weiß nicht. Aber er wird doch dann die Schiffe nach seinen Vorstellungen auch ein bisschen ändern. Das ist so schließlich. Seine Werft, den kann er doch machen. Hoppla, das Bellum. Mach mal gleich den Huber. Dass er damit, meinetwegen soll er, mir ist das egal. Aber von Haus aus ist das ... Ich mach das aber trotzdem, da geh ich auch gar nicht hin. Ich werd Sarni. Was wirst du? Sarni. Ach, Sanität. Ich kenn mich aus mit ... Mit erster Hilfe, ne? Stabile Seitenlage. Weil du nämlich schon so viele Unfälle verursacht hast, ne? Deswegen hast du da Ahnung von, ne? Mit Pflaster aufkleben und alles und Verband anlegen und so. Kann ich. Hast du alles drauf. Stabile Seitenlage. Wir kennen das. Mach mal. Mach mal. Das mach ich, wenn es erforderlich ist. Man soll mit den ersten Maßnahmen keine Scherze tragen, mein Engelmann. Ich will das ja nur mal sehen. Schmauchspuren wegmachen. Schmauchspuren wegmachen? Mund-zu-Uhr-Beatmung, das ganze Programm. Was für ein Ding? Und Zuhörbeatmung. Ins Ohr reinpusten? Ja, weil den Mund mach ich nicht. Da sind ja die Schmauchspuren drinne von Gewehrrutschen. Und was soll das denn bringen, wenn du ins Ohr reinpustest? Das geht. Da ist so ne Verbindung drinne. Das ist so der euch zackere Gang. Ist so da. Mit der Trompete drinne. Da kann man da reinpusten, dann hörst du das. Und dann kommt da auch Luft durch. Ich hab mal gesehen, einen Mann, der hat mit den Ohren Luftballons aufgeblasen. Also da ist ein Luftzugang. Das ist so. Das weiß ich. Außerdem, wenn ich Sarni bin, dann kann ich mir einen weißen Kittel überziehen. Dann passt der so. Da brauch ich den Mandel gar nicht ausziehen. Und weißt du das, mein Ingo? Weißt du was? Damit wir Schweinegrippeimpfung kriegen. Mit dem besseren Material. Dann machen wir das hier zum Offizierscasino. Als Auslagerung von hier, muss man sagen, Kaserne Wandsbek. Das ist hier Offizierscasino. Und weißt du was wir denn machen mit dem Krötenmann? Dann nehmen wir uns eine Europalette, mein Ingo. Und dann holen wir hier Rädervogel am Singstrasse. Holen wir vier dicke, dicke, knuddelige Räder. Die schrauben wir unter die Europalette. Dann setzen wir den Krötenmann mit Tisch und Hocker auf die Europalette. Und dann schieben wir, kann er weiter rauchen und alles. Und dann schieben wir ihn hier davor. Ne? Mein Ingo. Dann kriegt er eine alte Telefonzelle. Die malen wir in Nadeloliv an. Die stülpen wir ihm über. Dann kann er rauchen. Dann machen wir da einen Schlagbaum. Dann kann er, wenn die Soldaten kommen, schön sagen. Hier einmal Spinnkontrolle. Und hier, warum kommen sie jetzt erst? Und Zapfenstreik und so weiter. Kann er dann, ne? Das kann er machen. Das kannst du machen. Du meldest uns alle an, oder was? Ich melde ruhig an. Dann werden wir geimpft, ne? Ja. Da freue ich mich schon drauf. Na, wenn? Na, wenn? Na, wenn? Na, wenn? Das hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hallo. Ja, ganz gut. Tag auch. Alles klar hin? Na ja, klar doch. Komm schon auf. Nee, ich wisch hier nur kurz einmal durch. Ach so. Weiter gar nichts. Was kann ich denn für dich tun, mein Junge? Ja, Hunger hab ich. Hunger hast? Ja. Dann nehm ich mal zwei Schnitzel heute. Zwei gleich? Ja. Einen für links, einen für rechts, oder was? Richtig, genau. Schnitzel mit Beilage sozusagen. Ja, mach ich klar. Ganz kleine Sekunde. Ich muss eben ... Schnitzel mit Jäger. Nee, nee, kein Jäger. Ja, natürlich. Weil bei mir ist so ein bisschen trocken. Ja, ja, ja. Soll da noch was bei? Nö, die beiden Schnitzel reichen dann und dann ist das gut. Und sonst? Ja, auch schön, ja. Schön kalt wieder draußen, ne? Es ist jetzt kalt geworden. Ja, ja, ja. Es ist kein Tauwetter mehr, danke. Zum Wohl.